Beeindruckend. Also eigentlich sind wir ja alles toll. Futuristisch. Ja, ist, wenn man hier gucken tut, also doch wirklich, als würde man die Welt verlassen im Prinzip und irgendwo anders dein Raumschiff eintreten. Sehr herzlich und sehr willkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sehr reich bestellt. Das heißt also, ich musste gucken, dass ich immer meine finanziellen Mittel in der Reihe hielt. Und es war für mich mit dem Angebot, was ich hier erhalten hatte, doch ein sehr lukratives. Och, da bin ich die ganze Zeit schon am Schwärmen. Gehe mich ganz offen ehrlich zu. Also wenn das Thema Zähne oder sonst was dergleichen kommt, sage ich also, dass es hier wirklich eine Reise wäre. Lenda Prime ist für mich ein Stück Lebensqualität geworden. Weil, ich sag mal, so wie ich mich vorher gefühlt habe. Und das, was jetzt mit den fertigen Zähnen bei mir mittlerweile ist, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also absolut gut.